Ich habe Achtung, Beiratung verschriert. Ja! Ja! Das war gut! Kannst du dir Dings wie uns machen? Ja, das ist auch richtig lustig, wenn du eine Eide hinfällst. Und du bist so ein Zeichen, oder was? Komm, Männer, Spannung, Alter! Ja! Mach ich das! Nein! Nein! Mach, 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 mach! Ja! Ja, das ist nicht geil! Das ist eine Eidekarte. Das ist ein bisschen interessant. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Komm, Junge! Ich brauche die Tränz ¿Einer ein? Ja, jetzt ist es nicht egal. Das Guck mal nicht über die Eidekarte. Ich geh überhaupt nicht. Ja, aber ich hab's nicht. Ja, ich hab' einen Eidekarte gehabt. Nein! Ja, komm, Jere! Macht der? Das ist schön. Alter, wo will denn der hin? Ja. Nein. Schade. Ja. Gehs. Jawoll. Lass, 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 lass. Nein. Ich hab dir alle drei hallo gesammelt. Ganz rechts aus. Mit dem Kindergesicht. Nein. Die Einstellung. Katastrophe ist das. Wie alt ist der, Alex? 26. Ich hätte eher gedacht, weil der Platz okay ist. Ja. Schießt das mal aufs Tor, Alex. Lass mal ein Wunsch raus. L1, 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 das baut was. Hat er, hat er, guck ich. Arsch. Nein, he? Er kann nur durch die Brustrebelung. Wie sau. Guck ich, guck ich. Jawoll. Jetzt Flagge. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Ich hab dich schon drinnen gesehen. Wir sind immer Fußball und zusammen. Was zabd driedst dreamt, wir sind immer sicher mit den Dunkeln. Bars auf!